moin leute der rockshop ist wieder zurück am start mit einem neuen video und wie bereits angekündigt gibt es heute ein neues album review und ich würde sagen meine freunde wir wagen eine kleine zeitreise intro ab heute geht es nämlich um das neueste album von dieser band hier ich bin quasi perfekt gekleidet dressed to impress wenn man so will und impressed war ich auch vom neuen album railer der naja ich sag mal punk skate punk legenden aus den 90ern legwagon ja sie sind zurück wir bereits zu den beiden singles die erschienen sind videos gemacht euch meine meinung dazu gesagt und jetzt gehen wir mal aufs album ein was jetzt gestern erschienen ist wie immer fangen wir an mit dem track by track review ich immer sagen let's go das album startet mit dem song stealing light und der beginnt mit einem schönen groß aufgezogenen intro wir haben coole riffs wir haben ein rasantes gitarrensolo und da ist eigentlich schon die grundstimmung gesetzt man hat auf jeden fall schon bock abzugehen man hat bock abzumoschen und was weiß ich was noch alles ist halt bei mir hier im haus jetzt schwer gewesen weil ich auch niemanden zu moschen da hatte aber auf dem konzert ist das denke ich ein guter opener und dann haben wir auch noch schön den typischen punk beat direkt wieder in der strophe wir haben auch pass die ein bisschen ruhiger sind mit so paar muting das typische tage 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 in der halt gesang drüber und beat und das ist eigentlich schon mal ein 1a legwagon song da kann man überhaupt nichts falsch machen damit das album zu starten also ganz großes kino auf jeden fall daumen hoch als nächstes kommt dann der song surviving california von dem ich ja in meiner reaction total begeistert war und es immer noch bin nach wie vor einer meiner lieblings songs auf dem album mit ein paar der coolsten riffs ich verlinke euch hier oben mal meine reaction dazu und ich kann nach wie vor nur sagen die strophe finde ich immer noch total geil mit dieser akkord folge wo es dann am ende auf die durtherts hochgeht wo es eigentlich moll ist es ist wundervoll also wirklich gar im video nachgespielt gehabt das sollte ich mal reinziehen als nächstes kommen wir dann zum song genie und das war so der song oder ist so der song mit dem ich eigentlich noch am wenigsten anfangen kann ich weiß auch nicht das intro verbreitet direkt so ein feeling in das ich mich direkt einfühlen kann das ist irgendwie so so halbwegs fröhlich aber auch irgendwie nicht und ich bin noch ein bisschen unschlüssig darüber wie ich den song finden soll der chorus mit diesen gang vocals ist auch nicht so ganz mein fall lediglich die etwas ruhigere bridge die finde ich sehr geil und ich nehme an ich komme noch mit der zeit auf den geschmack dieses songs aber aktuell ist es noch eher so ein ich will sagen low light des albums für mich aber auf jeden fall kein highlight ist eher so ein song den ich dann also wenn ich das album durchhöre würde ich jetzt den skippen aber wenn ich mir so einzelne songs rauspicken würde ich ihnen wahrscheinlich vernachlässigen von daher so halbwegs danach kommt der song parable also nicht der von tool nicht parable sondern parable ich weiß nicht englische sprache schwere sprache eigentlich nicht egal auf jeden fall ein sehr sehr cool gemacht das song mit einem intro was mit akustik gitarre und kindergesang erst mal startet dann nach anderthalb minuten ungefähr oder eine minute wenn der song wieder nur drei minuten also anderthalb minuten wäre schon ein bisschen viel nach einer minute ungefähr geht es dann über in den typischen legwagon groove also wirklich rasante drum grooves und ich sag mal riffs ohne rücksicht auf verluste und klassischer legwagon gesang von joey cape und alles was man irgendwie braucht also klassisches legwagon feeling am ende geht es dann wieder in ein von joey cape gesungenes outro was eben das intro wieder aufgreift wo es ohne die kinder die singen sondern eben mit joey der singt das ist wirklich ein sehr cool gemachter song vor allem da das auch wirklich wie gesagt in drei minuten gepresst ist das sind quasi irgendwie zwei songs fast schon also das halt dieser punk schüssel der in der mitte abgeht umgeben von diesen akustikeinlagen und das ist irgendwie saukul gemacht ich fand es direkt irgendwie sehr außergewöhnlich eben durch das intro auch und das ist auf jeden fall hängen geblieben ist ein sehr cooler song finde ich sehr geil als nächstes kommen wir dann direkt zu einem nächsten brecher des albums nämlich dangerous animal was ein verdammt geiler song er startet erstmal mit einem bass intro erst mal punkt dafür und das groovt auch richtig geil das ist auch generell ein riff was da noch öfter mal vorkommt und ohne witz übertrieben gut also der song der hat es mir echt angetan mittlerweile und ich bin mir nicht sicher ich habe jetzt ein bisschen rum gelesen weil ich da vermutungen hatte ich meine da singt in einer stelle jello von kennedy ist mit ich kann mich aber über das nicht die einzige guest vocal appearance auf diesem album kann jetzt schon vorab sagen da gibt es noch was ganz spezielles aber ich meine das wäre ich habe auch schon ein paar kommentaren die spekulation gelesen ob er es ist es steht auf dem album so weit ich weiß nicht dabei ich habe die cd nicht hier wie ihr seht noch nicht da sind vielleicht da würde es vielleicht im booklet drin stehen kann ich jetzt nicht großartig überprüfen aber auf jeden fall auf dem cover hinten drauf was ja auf social media schon veröffentlicht wurde steht zumindest mal nicht in der tracklist dabei das heißt daran sieht man es nicht wie dem auch sei der song ruft unfassbar geil wie bereits gesagt und gerade das pre chorus wird was glaube ich so ab 46 sekunden das erste mal zu hören ist unfassbar geil was zur hölle das ist ich könnte mich in den song reinlegen ohne witz der ist richtig fett auch melodisch und gesang und auch von den gitarren her da ist alles da das ist wirklich das ist geiler song das ist der song ist wirklich ein dangerous animal danach kommt ein weiterer starker song nämlich die erste single bubble da habe ich auch ein video zu gemacht da war ich noch nicht so 100 prozent begeistert davon mittlerweile hat es jetzt geändert mit wo ich den song ein bisschen abziehen lassen dann eigentlich nach der reaction gar nicht mal so lange gedauert bis ich gemerkt dass das so geiler ist als ich im ersten moment dachte weil ich habe mir auch nicht scheiße gefunden ich habe mir ein bisschen ja ich habe ein bisschen was anderes ein bisschen mehr erwartet aber im endeffekt muss ich sagen da ist gar nicht mehr zu erwarten weil ist schon verdammt viel drin also ich nehme jegliche kritik die ich geäußert habe zurück und sage das ist einfach ein fetter song von daher gut ist und danach kommt auch ein song der auch einiges hat und davon auch nicht zu wenig nämlich the suffering wenn ich mich nicht irre ist auch der längste track auf dem album was auch daran liegen könnte dass es ein ziemlich atmosphärisches sechs achteltakt intro hat also so ruhig mit clean gitarre und bass wurden auch so ein sprach sample drüber gelegt ist also aus irgendeinem film vielleicht irgendeine konversation die da irgendwie gesprochen wird ist da halt drüber geschnitten ich wusste nicht genau was das zu bedeuten hat aber auch nicht genau darauf geachtet was er gesagt würde ich habe es halt eher einfach so naja als atmosphärisches stilmittel quasi wahrgenommen hat mich ein bisschen erinnert an die an die übergangsskits bei die interludes bei videodromen von calechon da ist es ja auch so gemacht ja ist cool jedenfalls der song an sich ist total krass also der ist vom grundfeeling her erstmal sehr sehr ernst und auch sehr sehr rasant wir sind ja hier blackwagon skate punk natürlich ist es hier rasant es geht hier immer ab wir haben sehr cool lead gitarren lines die zwischendurch mal kommen eine sehr coole melodie die feiere ich unfassbar was wir aber auch haben und jetzt kommt meine freunde wir haben hier ein vocal feature von fat fucking mike von no ethics ja ihr habt richtig gehört der ist hier mit dabei und ich habe erst gedacht so warte mal ist das fett mike da habe ich ein bisschen rumgelesen in den kommentaren auf youtube und alle meinen es ist fett mal dass man so jahre kann ich mein gehörer nicht gedrückt haben wenn die anderen auch zu sehen es ist fett mike fuck yeah wie gesagt krasser song joey cape gibt hier auch echt alles also wirklich geile nummer gut ab also mache ich jetzt nicht meine haare sind schrecklich aus aber gut ab kommen wir als nächstes zum song dark matter der geht eigentlich direkt bretter mäßig los von anfang an da ist nicht viel raum um sich erst mal in den stock einzufinden da wirklich vollgas from the beginning auch mit einem sehr geilen intro riff wo dann auch so eine kleine pinch harmonik mal drin kommen also das kleine ist halt sehr stark betont das fand ich sehr cool weil ich mag pinche harmonics die strophe gefällt mir mal ein bisschen weniger die ist so ein bisschen all over the place mit so trading vocals hier und da ich weiß auch nicht genau das hat mir so nicht so ganz gefallen was ich aber wieder geil finde ist der chorus der gefällt mir also an und für sich ein song mit ein paar sehr coolen parts wie gesagt die strophe nicht mein fall aber ansonsten nicht übel danach kommt der song fanfiction der war am anfang auch nicht so wirklich mein fall aber im endeffekt war es dann der chorus der mich begeistert hat denn dieses burning bright in hindsight das ist irgendwas dass das bleibt halt einfach hängen und das geht nicht mehr raus das habe ich die ganze zeit noch im kopf gehabt und wieder so ein typischer um den anfang gar nicht erwartet und in den song erst mal überhaupt nicht prischiert aber dann nach in dem fall ist ein tag hängt es dann doch plötzlich da oben drin was auch cool ist ist das letzte drittel des songs da ist noch mal so eine sehr coole bridge drin die finde ich auch ziemlich ziemlich geil gemacht auch so ein bisschen ruhiger wieder und das gefällt mir sowieso ganz gut wenn sie das mal machen zwischendurch von daher auch daumen hoch nach anfänglichen zweifeln als nächstes kommt dann der song pray for them und er fängt an mit einem kleinen klavier intro dessen melodie dann als gitarren solo oder gitarren lied gitarren einlage weitergeführt wird das fand ich sehr sehr geil was aber bei dem song auch wieder ein bisschen so ein mörr war war so der chorus in dem fall der war ein bisschen uninteressant fand ich aber ansonsten kann der song trotzdem wie gesagt durch diese liedgitarre auch punkten und was ich auch gut finde die drums die halt wirklich total abgehen also das ist halt da werden wieder keine gefangenen gemacht das ist halt auch lagwagon typisch mein lagwagon sind ja nicht nur bekannt für jory capes sehr geile vocals und eben auch das gute songwriting das er betreibt sondern eben auch für die drums die halt richtig schön genau das machen muss schneller ja dann sage ich auch schon auf wiedersehen aber nicht weil das video vorbei ist sondern weil der nächste song so heißt haha leider haben wir hier keine deutschen vocals das hätte ich sehr gefeiert wenn jetzt irgendwie ein chorus auf deutsch gekommen wäre ich meine das ist ja jetzt auch nicht ungewöhnlich es ist eine band auch mal in einer anderen sprache singt ich meine mega der atoulemont man kennt es dann hätte ich gefeiert wenn es hier irgendwas auf deutsch gekommen wäre leider nein aber es ist trotzdem ja ja ein song der auf jeden fall seine momente hat zum beispiel finde ich den chorus sehr cool weil da auch wieder das instrumental teilweise den gesang rhythmisch begleitet also wirklich so stellen wo dann wirklich auf die silben genau das instrumental mitspielt das kennt man auch bei bei 16 zum beispiel das ist in strofen immer so und das ist ja auch wieder gemacht das finde ich sehr cool das ist auch was ich lagwagon typisch bezeichnen würde und ja das ist cool dass das hier wieder eingebaut haben ansonsten gefällt mir der ruhige break sehr gut das gitarrensolo ist auch sehr sehr cool bloß ist halt mal so im großen und ganzen habe ich für den song jetzt auch außerhalb nicht mehr im kopf ich könnte jetzt den chorus nicht nachsingen ich könnte jetzt die melodie nicht irgendwie ich weiß nur noch dass es halt eben eine cool ruhige bridge hatte und dass es halt ein abgegebenes gitarrensolo hatte aber genaues habe ich kaum im ohr das ist halt so ein bisschen schade aber ansonsten ich meine gut es sind wieder mal mehrere songs auf dem album logischerweise da kann man nicht jeden direkt im kopf haben aber ja auf jeden fall cooler song titel würde mich mal interessieren was sie dazu bewogen hat oder was story dazu bewogen hat diesen song so zu nennen ich meine es ist ja kein geheimnis dass viele bands eben deutschland mögen aufgrund der guten crowds auch und eben generell der musikbegeisterung und vielleicht auch wegen der kultur und weiß nicht ist immer schwer einzuschätzen wie leute außerhalb von deutschland unsere kultur so sehen oder was die hier cool finden weil wenn wir kennen das halt alles für uns ist das nichts besonderes aber ja man ist ja wie gesagt kein geheimnis dass viele bands eben deutschland mögen und deswegen kann es einfach sein dass er sich dafür interessiert und einfach gemeint ja komm wir machen was deutsches ohne deutsch zu singen schade das album wird abgeschlossen mit faithfully einem cover von dem gleichnamigen journey song und naja dazu kann ich gar nicht viel sagen ist einfach nur lustig diesen normalerweise so ruhigen song halt in einer punk rock version zu hören weil es ist auf jeden fall auf leg wagon umgepolt in dem fall und nicht quasi als akustik cover oder irgendwas gemacht nein es ist wirklich ein punk rock cover wie man es dann auch erwarten würde cool gemacht aber ja ist halt lustig wenn man den song wirklich gut kennt den original ich habe mich zum beispiel nicht so gut gekannt ich wusste es gibt ihn ich habe auch schon mal als ich mir angehört habe jetzt in der vorbereitung für das video habe ich auch gewollt ah der ist das aber ich meine ich habe nie wirklich viel journey gehört ich meine ich mache karaoke da kennt man halt dann don't start believing innen auswendig in allen möglichen performance leveln was die qualität angeht aber mit journey selbst habe ich nicht viel erfahrung deswegen muss erstmal gucken welcher song das ist aber als ich dann gehört habe wusste ich okay ja ist okay es ist eine witzige spielerei um das album abzuschließen wie ich gelesen habe haben ja lagwagon schon mal früher auch viele cover gemacht ich bin nicht so lange dabei war lagwagon ich kenne mich ja auch in der historie nicht so krass aus ich weiß nur was ich kenne feiere ich und deswegen habe ich dieses shirt hier an meinem alter erkennt man ja schon dass ich wahrscheinlich nicht unbedingt der der in der ersten stunde bin denn in der ersten stunde gab es mich noch gar nicht so viel zum track by track dann kommen wir jetzt doch mal zum sound und den sound finde ich sehr geil tatsächlich und zwar aus folgendem grund das album hat ja im großen und ganzen einen sehr sehr klassischen lagwagon stil und auch sehr klassischen vibe und das ist auf der einen seite sehr geil und auf der anderen seite wird das eben die erfahrung des albums komplettiert und perfekt gemacht durch den modernen sound denn auf der einen seite feiern natürlich immer viele leute die alten sachen von irgendeiner band aber wenn ich zum beispiel jetzt eine band wie lagwagon für mich entdecke oder auch eine band wie metallica oder auch eine band wie emil bulls und man dann die alten sachen anhören will stoße ich oft auf das problem dass die alten sachen soundtechnisch eben nicht mehr auf dem aktuellen stand sind wie sollten sie auch sein sie sind ja von damals und nicht von heute so und da ist es eben geil ein album zu haben was wirklich stilistisch diese roots aufgreift aber mit einem frischen modernen knallenden sound um die ecke kommt und das ist im fall dieses albums wirklich sehr gut gelungen weil wir haben ja wirklich die perfekte kombination aus damals und heute und zwar musik und stil und sound bild und das ist wirklich geil gemacht und sowas braucht es dann auch bei so einem album von der alteingesessenen band zum beispiel ist wie lagwagon dass sie eben damit im album in die ecke kommen was wirklich auch sie stilistisch repräsentiert aber dann eben auch einen sound bietet der jetzt zum beispiel auch hörer anzieht die jetzt heute erst dazustoßen die jetzt zum beispiel das erste mal lagwagon hören wenn ich jetzt zum beispiel rum renne mit dem shirt und sage hey hör dir mal das album an kennst die band nicht aber vielleicht gefallen die dir ja wenn ich den jetzt irgendwas von da zeigen würde wahrscheinlich sagen was ein rotz sound ich will jetzt den sound hier nicht schlecht reden von dem album aber wenn man die band nicht kennt und das album nicht wegen der band hört sondern einfach nur weil man es gezeigt bekommt dann könnte einen das dann abschrecken das meine ich damit als ich zum ersten mal zum beispiel rush gehört habe nachdem ich das passage to bangkok cover von billy talent gehört habe dachte ich mir was haben die denn für einen rotzigen sound ist halt alt klar aber ich fand das nicht ansprechend erst als ich dann gelernt habe rush als band zu appreciaten hat mich der sound nicht mehr gestört und so ist es dann eben bei lagwagon auch oder eben bei allen möglichen anderen bands ist es nur stellvertretend sondern lange rede gar keinen sinn jedenfalls wie gesagt geiler sound gitarren gehen gut ab der bass ist sehr gut im vordergrund wir haben ja auch sehr geile bass lines auf dem album die hört man richtig geil raus das großes plus ich bin zwar kein bassist aber ich setze mich immer dafür ein dass der bass wirklich auch im zentrum steht also spätestens seit tool weiß ich das dass das wichtig ist dann die drums natürlich auch unverwichtig dass sie gut klingen die haben auch einen sehr klaren klang die bass drum könnte obenrum noch ein bisschen mehr schmatz haben aber mein gott sie kommt gut raus in den schnellen passagen das ist ja bei punk rock immer ganz wichtig von daher nichts zu meckern sehr sehr guter sound der hier einen sehr sehr großen nutzen auch wie ich finde erfüllt dann kommen wir noch kurz zum artwork ich kann nicht viel dazu sagen ich habe es ja nicht hier ich kann jetzt nicht das layout von innen drin zeigen und das booklet und so weiter also von der cd innen drin aber ich kann auf jeden fall was zum cover sagen ich finde es mega lustig ich finde diesen typen mit seinen roterskates rumfällt mega lustig könnte man das muss immer lachen wenn ich das cover sie ist es einfach mega lustig lassen wir so stehen ist mega lustig dann kommen wir schon zum fazit haha ja was soll ich sagen es ist ein unfassbar geiles album ich habe wirklich nicht gedacht dass es mich so krass mitnehmen wird zumal ich ja auch noch nicht so lange lag weg entfernen bin eigentlich erst anfang dieses jahres so richtig ich meine ich kenne die bände schon seit zwei jahren aber erst an diesem jahr feier ist so richtig hat dieses jahr live gesehen wie gesagt auf dem punk and drop leg in saarbrücken und seitdem bin ich so richtig dabei mich da auch rein zu haben im sommer sehr sehr viel weg gehört und ja macht total viel spaß das album ist wirklich wirklich geil dass es jetzt gerade rausgekommen ist jetzt wo ich eben auch quasi neu dabei bin bei der band habe ich auf jeden fall cooles zeug zu hören mit einem geilen sound eben auch wie gesagt ich denke mal das dürfte sehr sehr viele alteingelassen lag weg und fans mocker gerissen haben ich kann es nicht einschätzen denn ich war noch nicht von anfang an dabei wie gesagt ging nicht und ich kann nur aus meiner neulingsperspektive sprechen wenn ich sage dass es wohl sehr sehr viele fans begeistern wird denn wir haben ja wirklich irgendwie alles was 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 lag weg und so aus wir haben halt die geilen drums wir haben geile bass lines wie gesagt die sie am zentrum stehen wir haben bretterne gitarren wir haben sehr sehr coole riffs und wir haben einen joey cape der unfassbar stark ist also ich finde tatsächlich seine stimme jetzt aktuell am allergeilsten ich meine ich kenne die alten aufnahmen von den ersten paar alben habe ich reingehört klingt natürlich der klassisch und noch jung und frisch aber ich finde dass ihm naja das alter gut steht von der stimme her ich meine da hört man irgendwie so raus der hat die stimme klingt so nach erfahrung ich weiß nicht das ist klingt wahrscheinlich komisch aber es ist so man wer joey cape hört und feiert der wird das wahrscheinlich auch nachvollziehen können wenn ich sage man diese 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 rauchige stimme aber trotzdem noch dieses ja dieses dieser dieser bis da drin und ich weiß nicht ich finde joey cape unfassbar krass so als als sänger nicht weil er jetzt irgendwie ein krasses gesangstalent ist aber er hat einfach unfassbar viel charakter in der stimme und für die musik ist es einfach perfekt joey cape krasser typ und auf dem album da kommt er wirklich sehr gut zur geltung und ja was soll man noch mehr sagen ich gebe dem album als rating 9 von 10 punkten ganz einfach weil ich ist weil es mich direkt gepackt hat es war einfach im ersten hören schon direkt geil 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 nächstes und geil nächstes und geil nächstes und geil das war einfach es war alles direkt drin und das habe ich gefeiert deswegen 9 von 10 punkten richtig richtig starkes album und meine favorite tracks wären surviving california dangerous fucking animal ja bubble ich glaube parable parable genau die vier und in diesem sinne würde ich mal sagen schreibt mir in die kommentare was eure meinung ist zum neuen album railer von legwagon geht in die video beschreibung und checkt die rockshop spotify playlist wird ab sonntag dann auch das eine oder andere liedchen von diesem album drin sein und da würde ich sagen gebt ein like wenn es euch gefallen hat abonniert wenn ihr mehr sehen wollt da kommt auf jeden fall noch ein bisschen mehr und ja seid gespannt auf den nächsten podcast und es kommt auch demnächst der nächste on tour vlog denn heute spiele ich einen auftritt wo ich dann auch wieder die kamera mitnehmen werde und da könnt ihr gespannt drauf sein ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen tag haut rein macht's gut hört viel legwagon schalte euch mal wieder ein wenn es wieder heißt der rockshop fangirl ab zu irgendeinem scheiß punk rock off ich bin raus am railen ich weiß nicht genau was ich jetzt sagen würde ich hier am besten noch mal runter